Einen wunderschönen guten Morgen, wie immer wir wackeln überhaupt nicht lange, ich bin ein bisschen später dran als sonst normalerweise am Wochenende, deswegen auch nicht ganz so viel Zeit und deswegen gehen wir auch direkt los. Ich will nämlich versuchen, in der Hauptstadt diesen, diesen, wie nennen sie sie jetzt, diesen Würm loszuwerden, also wir stützen uns direkt im Bosskampf, ohne Aufwärm, ohne sich zu dehnen, einfach rein da und das ist am besten ohne vorher irgendwie zu sterben. Und wir nehmen natürlich noch die Buffs mit von zu Hause, ja genau, das passiert, wenn man sich nicht vorbereitet, beim letzten Mal auch schon, oder? Ein bisschen hin und her, ein bisschen die Buffs abholen, ja, wie letztes Mal auch. So. Vielleicht noch ein bisschen Futter mitnehmen, das wird sich auch anbieten, ja. Moment, was haben wir denn da so alles? Ich sage, dann lassen wir mal. Drei Konstitutionen. Gegen. Ein Konstitutionen oder zwei Konstitutionen. Dann nehmen wir die drei mit, dann behalten wir das. So, jetzt. Ja, zau mal den ausgeruht Buff, jetzt können wir los. Na, futtern wir gleich noch was, regnen wir ein bisschen Wasser und fangen wir mit der Suche an. Oh, komm, ich bin hier letztes Mal auch hochgekommen. Oh, die können Runen fallen lassen, ja, das nehmen wir alles mit in dem Fall. Wir brauchen zwar aktuell nicht so viel, wir finden ja nicht so viel gutes Zeug für uns, ne. Bier, dankeschön dafür. Aber die Runen nehmen wir trotzdem mit was gegen. Moment, ich komme ja hier hoch. Das ist sogar ein bisschen Geschichte. Moment, das lesen wir mal. Knochen. Ein verstörter Geist verbirgt ein Geheimnis. Ich rieche den Verfallen im Inneren des Herrenhauses. Die Wände, der Körper, Vollnis und Verheerung. Ein grausamer Kreislauf irgendwo. Ich fühle es, seine Gebeine. Es steckt ihm in den Knochen. In den Mauern liegt ein Rätsel. Ein Labyrinth, verschlossen hinter seinen müden Augen. Ich werde unermüdlich graben. Ich weiß es. Ich weiß, es ist irgendwo. Das ist ja das Herrenhaus. Aber wir wollen jetzt nicht das Herrenhaus machen. Aber cooles Herrenhaus. Wie soll ich sagen? Aber wir haben trotzdem ein anderes Ziel. Genau, diese Burg da. Da waren wir gestern schon in der Nähe. Okay, okay, okay. Wir waren gestern schon hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Gegner hier waren. Ob Gegner hier waren. Und wie stark die waren. Aber wir finden sie raus. Kiste, Pfeile, natürlich. Aber Zauber ist auch dabei. Also ich sage nichts. Da, oh, okay. Ich stehe jetzt runtergehe. Ich stehe mal quasi vor dem... Ah, deswegen. Ja, stimmt. Ich bin hier nicht runtergegangen. Ich gehe aber mal hier runter. Cool. Ähm, uncool. Ähm, uncool. Natürlich hat er ja auch noch Ads. Ja, wie? Ich mache an dem keinen Schaden. Null. Also... Wirklich. Null. Es wird... Wird nicht denn. What? Ah, wieder hier. Okay. Ähm, das... Oh. Das wird ein Arterbrocken. Ich weiß gar nicht, mit welchem... Habe ich ihn mit dem hier angegriffen? Ich habe es mir ja gesagt nicht gemerkt. Es ging gerade ein Büschel... Ein Büschel so schnell. Ja, ich habe es mir mit dem hier... Wie ist es? Da steht alle. Das gibt es ja nicht. wow ich habe ihn bestimmt halben zentimeter leben abgenommen ok ok ich habe nichts wertvolles eingesammelt oder verloren oder es wird uncool das wird echt uncool es wird sich ein widerstand das waren jetzt drei tote innerhalb von fünf minuten wenn das so weitergeht wird das extrem viel sport was haben wir denn er zwölf ich habe den ausgeruht und das ist natürlich alles nicht genommen aber das ändert nicht viel ich glaube das ändert nicht viel mal gucken ob man zu dem reinkommen mal dem hallo sagen kann bevor der raushüpft ich 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 hab den Drachen bloppen. Geht das überhaupt? Ist das überhaupt zu... Schlüssel zu Burg. Okay, man kommt nicht rein. Das Spiel möchte nicht, dass man da reinkommt. Aber das Spiel verarscht mich. So, ich denke... Ich bin auch undergeared. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz nach Hause... ...holen uns die tankieste Ausrüstung, die wir zur Verfügung haben... ...und probieren das Ganze dann nochmal. Ich glaube, ich muss ein paar Sachen herstellen. Also das ganze Kupferzeug, das trage ich ja noch gar nicht. Da denke ich, geht noch einiges. Hoffe ich zumindest. So, mal gucken, was der Schmied noch anzubieten hat. Ähm... Das Hüter-Set... Barrierkraft, Chance auf kritische Dachkraftreiber. Ich denke, es wird dann der Südau... Oh, Leinen. Getrocknetes Fell, Bernstein. Leinen ist ein Problem, wie erscheint. Lebenspunkte, Gesundheitsregeneration. Physischer Widerstand. Äh, was... Vergleichen, was man trägt, kann man nicht, oder? Immer nicht. Naja, 15 Widerstand. Und 42 Widerstand, das ist gar nicht so schlecht. Aber halt... Austauschbar. Und hat halt auch Magiewiderstand mit drin, ne? Ja, okay. Nein, 15... 15... 15, 30... Ja, was rum? Äh... 15 Magiewiderstand, 30 Magiewiderstand. 15 Magiewiderstand, 30 Magiewiderstand. 7... 7... 15... 15... 15... 7... 7... Okay. Ist aber halt ein Nahkampf. Moment. Jetzt guckt noch mal was. Das... Das... Magierset. 5... 23... 61 Magiewiderstand. 15... Hmm... Leinen. Leinen ist das Problem. Wie kriege ich Leinen? Weil die Pflanzen, die ich angepflanzt habe, sind... Weiß nicht. Nicht fertig. Ernten. Uh, sie sind fertig. So, dauert jetzt ein bisschen weiter. Das ist ja nur Flax. Genau. Da müssen wir nur Leinen draus machen. Ja, das... Das dauert ein bisschen. Mal gucken, wie lang. Und eine zweite Spindel bauen. Oder eine dritte und eine vierte. Uh, das geht sogar gleich los. Ja, fünf Minuten für das ganze Zeug geht. Ne? Mal gucken, wie viele Leinen wir brauchen. Ich glaube, den Helm brauchen wir schon mal nicht. 13% Chance auf kritische Magietreffer. Weil wir haben halt gestern mal schönes gelootet. Nämlich den da. 19% kritischer Treffer Schaden. Ja, okay. Okay. Aber 15 physisch, 23 magisch Widerstand. Ein bisschen vergleichen wäre echt schön. 15, 23. Okay. Wir haben... Ja, wo kriege ich denn Bernstein her? Wo kriege ich Bernstein her? Wo kriege ich Bernstein her? 16 Leinen. 24. 24. 28. 30 Leinen. Und 2, 8, 12, 14. Jetzt ein Bernstein und ein bisschen getrocknetes Fell. Das getrocknete Fell, das kriegt man so nur hin. So, Bernstein. Bernstein ist das Problem. Das habe ich jetzt immer mal zufälligerweise gefunden. Ich weiß aber nicht wo. Der falsche Dude. Den da will ich. Den Hut könnte man herstellen, aber genau den Hut will ich nicht austauschen. Die Hose kann man auch herstellen. So. Da haben wir schon 30 Leinen. Nein haben wir nicht. Es reicht auch nicht für 30. Oh, nö. Oh, nö. Ah, so. Was ich aber kurz mache. Ich google kurz, wo ich Bärenstein finde. Normalerweise mache ich das nicht. Aber da ich eigentlich den Drachen legen möchte. Und dazu aber die bessere Ausrüstung brauche, gucke ich kurz, wo ich Bärenstein finde. Ja, muss leider kurz sein. Aber dann können wir zumindest Bärenstein farben. Oder holen. Da komme ich doch überhaupt noch nicht hin. So, Moment. Ist das Titan? Hm, nö. Würde ich nicht sagen. BSG ist schließlich auch erlaubt. der Dude ist hier oben. Und dann hier drüben. Hier an der Wand? Irgendwo hier. Und dann können wir das hier oben gehen. Dann kann ich es gleich noch raus. Das ist nicht möglich. Dann kann ich mir das hier oben gehen. Und dann kann ich das loben. Das ist jetzt.